Mein Name ist Oliver Wunsch. Ich bin Geschäftsführer im Sozialhilfeverband Wuppmutz-Zugschlag. Wir sind Pflegeheimbetreiber und in dieser Form der größte öffentliche steirische Pflegeheimbetreiber. Ich bin als Kind hier in der Region aufgewachsen, genauer gesagt in Kapfenberg. Ich kann mich gut erinnern als Kind, ich war immer im Freien, ich war mit meinen Freunden immer aktiv, immer unterwegs. Und hinter unserem Haus, in dem wir aufgewachsen sind, gab es ein alten Wohnheim. Und wir waren oft rund um dieses alten Wohnheim, weil da hat es zur damaligen Zeit sehr viele Veranstaltungen gegeben. Mai auf dem Märsche, Platzkonzerte, diverse Veranstaltungen, Oster, Weihnachtsfeste und wir waren immer mit dabei. Und es ist nicht selten passiert, dass uns Bewohnerinnen und Bewohner eingeladen haben, zu sich in ihre Räumlichkeiten. Und wir haben dann mit ihnen Kuchen gegessen, damals Kakao getrunken und das war eine sehr schöne Erinnerung, die ich sehr gut und positiv abgespeichert habe. Jetzt viele, viele Jahre später bin ich in der Funktion, dass ich selber Pflegeheime führen darf. Und eines dieser Pflegeheime ist eben dasjenige, wo ich aufgewachsen bin. Und es erfüllt mich nach wie vor mit sehr viel Freude und Stolz, wenn ich dort reingehe, weil das Gefühl ist noch immer dasselbe. Also ich liebe die Bewohnerinnen, ich freue mich auf den Austausch und jetzt kann ich das zurückgeben, was ich damals sehr positiv empfunden habe. Und ich kann ihnen das spüren lassen, wie sehr ich diese Menschen wertschätze, wie sehr ich auch den Kontakt damals genossen habe, ihn jetzt auch. Ich bin jetzt in der glücklichen Rolle, dass ich ihnen das zurückgeben kann, was sie mir gegeben haben, nämlich Kakao, Kuchen, Kaffee, wenn sie das wollen. Mich haben alle Menschen inspiriert, die mich begleitet haben, weil ich mir von jedem was abschauen konnte, von jedem was mitnehmen konnte und von manchen auch gesehen habe, wie ich es als Schild nicht machen möchte. Weil ich so nicht eingeladen wurde, weil ich die Idee sehr spannend finde und weil allein die Kontaktaufnahme und die Flyer auch mich so angesprochen haben, dass ich da unbedingt dabei sein wollte. Ich liebe auf den ersten Blick, das symbolisiert mich. Ich bin immer happy, ich bin immer fröhlich, ich versuche immer zu strahlen, auch in dieser Intensität. Und das ist die Lampe, die am besten zu mir passt.